Mauriz Garel war ein französischer Schauspieler. Leben Mauriz Garel wuchs in El Yadida in Marokko auf. Im Alter von 19 Jahren legte Garel, der ein sehr guter Schüler war, am Lycée Paul Valéry in Magnus sein Abitur ab und studierte zunächst Philosophie. Großes Interesse hatte Garel schon damals für Theater und Literatur. Insbesondere begeisterte ihn die mystische Lyrik von William Blake. Während des Zweiten Weltkrieges war Garel Soldat und nahm am Italienfeldzug teil. Nach dem Zweiten Weltkrieg entschied er sich 1947 für das Theater und für eine Laufbahn als Schauspieler. Er erhielt Schauspielunterricht bei dem französischen Regisseur und Schauspieler Charles Dolin und bei der ex-russischen Schauspielerin Tanja Balachowa. Seine Laufbahn als Schauspieler begann 1951. Sein Theaterdebüt gab er am Theater Berlin in Paris in dem Stück Optimistische Tragödie von Wesevo Ludwischnewski, in einer Inszenierung von Clement Harari. Garel arbeitete zunächst hauptsächlich als Theaterschauspieler. Er trat unter anderem in Stücken von Berthold Brecht, Paul Claudel, Jean Genet, George Feideau und Eugene Sue auf. Er trat unter anderem in folgenden Stücken und Rollen auf. In der Brand im Opernhaus von Georg Kaiser, in die Geheimnisse von Paris von Eugene Hue, als Hofgesandter Spannerin und C.A.S. Interessant von Dino Bassage, in der Held der westlichen Welt, als Youngis UN in der Gute Mensch von Saison, als Suchhotel in Monsieur Chass von George Feideau und in der Stumme Diener von Harold Pinter. Von 1983 bis 1985 trat er als Gast an der Comédie Francaise auf unter anderem in Triptüchern von Max Frisch, Maria Stoart und in dem weithin unbekannten Stück Erste Er gut ist er böse, von Dennis Diderot. 1985 spielte er den Vater Odoardo Galotti in Gotthold E. Freim Lessings Trauerspiel Emilia Galotti beim Festival von Avignon und am Theater National D. Straßburg. Weitere Rollen waren Der Hauslehrer Ulrich Brendel in Rusmasholm, der Geschäftsmann Unatil in Pioniere in Ingolstadt, Thomas Paine in Dantons Tod und Sigmund Freud in der Uraufführung des Einaktes Les Visiteurs von Eric Emmanuel Schmitt. Ab Anfang der 1960er Jahre übernahm er zunehmend auch Rollen in Kinofilmen. Er drehte unter anderem mit den Regisseuren François Troffaut, Jacques Rivette, Claude Sautet, Claude Lelouch, Claude Chabrol und Costa Gavras. Insgesamt stand Garrel in über 120 Filmen vor der Kamera. Zumeist war er in profilierten Nebenrollen zu sehen. In diesen erwies sich Garrel als intensiver Charakterdarsteller, der auch in kleineren Parts eine bemerkenswerte charismatische Präsenz erreichen konnte. Zu diesem Rollentypus gehörten unter anderem der Heeler Leon Brune in dem Kriminalfilm Der Bulle, der alternde, pedantische Ehemann und Wissenschaftler Julien Duras in Das Haus der Beries. Der alternde Rotfrontkämpfer André E. Paulat in dem Revolutions-Thriller Nada, der Vater von Edith Piaf in Edith und Marcel, der Buchhändler Jean in der Liebeskomödie Die Verschwiegene, der Großvater in der Filmkomödie Zwischensaison, Der alte Violin-Lehrer Lachum in dem Liebesdrama Ein Herz im Winter, der Richter in dem Liebesdrama Artemisia Schule der Sinnlichkeit von Agnes Merlet, Der Gauner-Opa Konstantin in der Film Groteske Woller eine schöne Familie und der alte Mann in dem Filmdrama Sein Bruder. 2005 spielte er die Rolle von Louis Jensens in dem Beziehungsdrama Das Leben ist seltsam von Arnaud Desblechien. Er verkörperte darin mit seiner ganzen Autorität den unbeirrt unversöhnlich On-Vater der weiblichen Hauptrolle Nora. Gaurel war auch in zahlreichen Fernsehproduktionen zu sehen, so auch 1964 in der Titelrolle in einer französischen Fernsehfassung von Georg Büchners Schauspiel Woizek. 1969 übernahm er in einer Fernsehverfilmung des Romans Die Brüder Karamasoff die Rolle des Mörders Smerdiakow. Ende der 1970er Jahre spielte er an der Seite von Simone Signore in der französischen Kriminalserie Die Untersuchungsrichterin. Nominierungen Gaurel war zweimal für den Cäsar nominiert jeweils in der Kategorie bester Nebendarsteller 1991 für Die Verschwiegene, wo er den Vertrauten und Freund von Fabrice Luchini verkörperte und 2005 für Das Leben ist seltsam. Gaurel war auch zweimal in der Kategorie bester Nebendarsteller für den Moliret den französischen Theaterpreis nominiert. 1992 für seine Rolle als alternder Exil-Tscheche Pavlecek in dem Theaterstipp Bessere Zeiten von James Saunders am Theater La Bruyere und 1994 in der Kategorie bester Hauptdarsteller für Les Visiteurs. Privates Maurice Gaurel ist der Vater des französischen Filmemachers und Regisseurs Philippe Gaurel und Großvater der Schauspieler Louis Gaurel und Esther Gaurel. Unter der Regie seines Sohnes spielte er 2005 den Großvater des jungen Studenten François in dem Filmdrama Unruhestifter. Dieser wurde von seinem wirklichen Enkel, dem Schauspieler Louis Gaurel, dargestellt. Gaurel starb im Alter von 88 Jahren in Paris. Filmografie Riefiefie bei den Frauen Fortschnitt Der Kampf auf der Insel Sonntage mit Sibyl Der dunkelgrüne Koffer Nach der Erfüllung Alles wegen dieser Frauen Die süße Haut 1964 Die Hölle von Algier 1966 Karriere 1967 Heiße Nächte 1967 Der grausame Job 1968 Der Bulle 1968 Die Braut trug schwarz 1969 Wie junge Wölfe 1970 Das Haus der Beries 1973 Der Erbe 1974 Nader 1976 Santiago 1978 Die Untersuchungsrichterin 1983 Freiheit Die Nacht 1983 Edith und Marcel 1990 Die Verschwiegene 1992 1992 Zwischensaison 1992 Ein Herz im Winter 1997 Artemisia 1997 Voila eine schöne Familie 2000 Unterhain in Paris 2000 Die späte Wahrheit 2003 Sein Bruder 2003 Der rote Tempelritter Red Knight 2004 Das Leben ist seltsam 2005 Unruhestifter 2005 Hotel Marisol 2006 Call Me Agostino 2007 Aktrices oder der Traum aus der Nacht davor 2008 Lefeu lesan Lele Duels 2009 Collection Fred Waggers L'Homme Alain Verse hopes dripping zwei 泡 Atlanta Spit ordum LP ror Par hide 宇宙